Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5820. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Bildschirm wird plötzlich grün. Was soll ich jetzt tun? Der Bildschirm wird plötzlich grün. Was soll ich jetzt tun? Ihr müsst ganz kräftig ziehen, dann könnt ihr auch gewinnen. Ihr müsst ganz kräftig ziehen, dann könnt ihr auch gewinnen. Wo sind die Teilnehmer der Gruppentherapie? Alle Stühle sind leer. Niemand ist im Raum. Wo sind die Teilnehmer der Gruppentherapie? Alle Stühle sind leer. Niemand ist im Raum. Wo sind die Teilnehmer der Gruppentherapie? Ich mag meinen Stil, aber manche Leute mögen gar nicht, wie ich aussehe. Du hast mich zweimal maßlos enttäuscht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Du hast mich zweimal maßlos enttäuscht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Du hast mich zweimal maßlos enttäuscht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich bin müde, erschöpft und überarbeitet. Ich bin müde, erschöpft und überarbeitet. Wann wird dieser Tag endlich vorbei sein? Die Mannschaft feierte ihren Durchbruch im Basketball, als sie wieder erwarten den Meistertitel gewann. Die Fußbodenheizung ist fertig verlegt. Die Fußbodenheizung ist fertig verlegt. Die Fußbodenheizung ist fertig verlegt. Was ist dein Pokal? Ich lasse mir den Wind ins Gesicht wehen. Ich lasse mir den Wind ins Gesicht wehen. Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like. Bis zum nächsten Mal.